Ich habe mit Menschen gearbeitet, die alles verloren haben. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die nach dem gängigen Verständnis der Schulmedizin seit Jahren tot sein sollten. Und sie erfreuen sich immer noch bester Gesundheit und, und, und. Wenn das, was ich hier oder andernorts angesprochen habe, dich irgendwo bewegen, berühren, interessieren sollte, dann trag dich jetzt ein auf gehirngold.de für deinen familienbasierten Lebenstraum. Selbst dann, wenn im Moment der Liebespartner, die Liebespartnerin für dein Leben vielleicht noch nicht am Horizont sichtbar sein sollte und insbesondere aber auch dann, wenn irgendwie alles zerbrochen zu sein scheint, privat, finanziell, Familie und in dir dieser Wunsch, dieser Traum.